Achtung, meine Güte! Das Schurkenmobil! Ist so geschmeidig! Hä? Hey! Lust, mal eine Runde damit zu drehen? Nur so zum Spaß? Au, au, au! Pass auf! Was für ein wunderschöner Tag! Null auf 600 in drei Sekunden! Gebaut, um einem Atomschlag standzuhalten! Was mit ist an die Zähne? Oh ja, ziemlich nette Sache, das! Und? Es ist ein Hybrid! Oh, pass auf! Oh Gott! Das macht mir überhaupt keinen Spaß! Hallo! Das kommt sehr, sehr überraschend! Na ja, ihr hattet doch keine Flitterwochen! Deshalb haben wir euch was gekocht! Ist eine Hawaii-Party! Wir haben Ananasse und Kokosnüsse und Okalelen! Oh ja! Die Suppe des Kragels! Madame und Monsieur! Die Gummibärchen waren meine Idee! Sieht viel zu gut aus, um sie zu essen, nicht? Da hab ich recht! Aber ich hab sie für euch gekocht! Oh! Gute Suppe! Ich liebe die Kombination! Auch aus Gummibärchen und Fleisch! Die Gummibärchen! Hey, Herr Meck Empire! Wie denn? Wie fühlst du? Und? Wie läuft's bei dir karrieremäßig? Haha, hervorragend! Sie haben den meistgesuchten Schurken einfach entkommen lassen! Sie sind gefeuert! So hervorragend! Ich hau so richtig rein! Ich hab' dich hergeholt, um das Familiengeschäft weiterzuführen! Du bist Schurke mit Leib und Seele! Haha! Äh, es ist ein Glück, ein Mopsis! Ich habe dieses Leben hinter mir! Ich verstehe! Hm, wozu ist das wohl gut? Oh, oh, oh! Ach du meiner Güte! Komm schon, wird wieder ein Schurke! Ziemlich nette Sache, das! Und? Was habt ihr heute so gemacht? Ja! Irgendeinen blinden Gezimmer! Gar nicht! Auf Wiedersehen! Hallo, Gru! Haha! Was sagst du jetzt? Oh, Kinder! Eindringlinge! Ränder hoch! Wir warten schon unheimlich lange! Oh, los, los! Seh nur! Ein Einhornhorn! Einmal hab' ich eins gesehen! Und? War es flauschig? Es war so flauschig, dass ich dachte, ich werd wahnsinnig! Oh, okay, bis dann. Oh, Death loved that I got you! Oh, ichräge... 진fd Untertitelung des ZDF, 2020